Ein Skoda Octavia ist hier zum Verkauf angeboten. Die graue Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 113.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2008. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, Tempomat, Sportsitze, Anhängerkupplung, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an Einschaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 7.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Größte Auswahl Bis zum nächsten Mal.